Letzte Haltestelle, Erlenstegen, Endhaltestelle, Umsteigungsmöglichkeit zur Regionalbahn. Nächste Haltestelle, Klappmastag. Nächste Haltestelle, Tuningberger Weg, Umsteigmöglichkeit zur Buslinie 45. Nächste Haltestelle, Ostbahnhof. Nächste Haltestelle, Tafelhalle. Nächste Haltestelle, Taurobbinsstraße, Umsteigungsmöglichkeit zur Buslinie 65. Nächste Haltestelle, Deichslerstraße. Nächste Haltestelle, Stressemannplatz. Nächste Haltestelle, Rathenauplatz. Umsteigemöglichkeit zur U2, U3 und zur Buslinie 36. Nächste Haltestelle, Röderbüse. Nächste Haltestelle, Marientor. Nächste Haltestelle, Umsteigungsmöglichkeit zur Regional-, Fern-, S- und U-Bahn, zur Linie 5 und zu den Buslinien 43 und 44. Nächste Haltestelle, Marientunnel. Umsteigungsmöglichkeit zur Linie 5. Sie befinden sich in der Linie 8 in Richtung Dokuzentrum. Nächste Haltestelle, Scheulstraße. Nächste Haltestelle, Schweigerstraße. Umsteigungsmöglichkeit zur Straßenbahnlinie 6. Nächste Haltestelle, Röderbüse. Umsteigungsmöglichkeit zur Straßenbahnlinie 7. Sie befinden sich in der Linie 8 in Richtung Dokuzentrum. Nächste Haltestelle, Schweigerstraße. Nächste Haltestelle, Platz der Opfer des Faschismus. Nächste Haltestelle, Meistersingerhalle. Nächste Haltestelle, Meistersingerhalle. Nächste Haltestelle, Mutpolthein. Nächste Haltestelle, Röderbüse. Nächste Haltestelle, Röderbüse. Endhalterstelle. Umsteigungsmöglichkeit zur Größenlinien 45 und 65. Dieser Zug fährt weiter als Linie 6. Nächste Haltestelle, Schweigerstraße. Nächste Haltestelle, Röderbüse. Nächste Haltestelle, Röderbüse. Umsteigemöglichkeit zur Linie 6. Nächste Haltestelle, Scheuelstraße. Nächste Haltestelle, Marientunnel. Umsteigemöglichkeit zur Linie 5. Nächste Haltestelle, Hauptfarmhof. Nächste Haltestelle, Umsteigemöglichkeit zur Regional-, Fern- und S-Bahn, zur U-Bahn, zur Straßenbahn und zu den Buslinien 43 und 44. Nächste Haltestelle, Wurzeldorfer Straße. Nächste Haltestelle, Wurzeldorfer Straße. Nächste Haltestelle, Wurzeldorfer Straße.